So, hallo Leute und herzlich willkommen nochmal zum Java. Dieses Mal geht es um ein ganz neues Thema. Okay, was heißt ganz neues? Es geht immer noch um Java, aber es geht diesmal um Multifreading. Und zwar sind Threads die Variante, wie ihr euren PC oder euer Programm besser gesagt schneller machen könnt. Ja, ein Thread ist quasi ausführbar auf einen CPU-Kern und momentan können wir nur einen einzigen Thread haben. Das heißt, ihr benutzt quasi meistens, je nachdem welche CPU ihr habt und wie viele Kerne ihr habt, nur ein Viertel von eurer Leistung, die ihr eigentlich benutzen könntet. So, und wenn wir jetzt mehrere Threads erstellen, dann können die natürlich auf allen Kernen laufen. Also bei mir würden gerade aktuell 8 Stück laufen können. Und ich würde sagen, da ist schon noch was drin. 8 ist ja deutlich mehr als nur einer. Das heißt, 8 mal so schnell. Und deswegen, da die CPU-Kerne ja auch nicht mehr schneller werden, sondern nur noch mehr Kerne kommen, würde ich sagen, zeige ich euch mal, wie man diese Threads erstellt. So, und deswegen habe ich euch hier schon mal ein kleines Programm vorbereitet. Das ist eben die, ja, hier mal eine Main-Klasse mit einer Main-Methode drin und eine Klasse Custom-Threads, die wir gleich zusammen schreiben wollen. Ähm, ja. Also, wir brauchen hier erstmal Extend Thread. So. Und dann gibt es in der Thread-Klasse genau zwei Methoden, die wir implementieren müssen. Eigentlich nur eine. Ich würde sagen, wir machen nur eine. Die zweite ist eher optional. Ähm, ja. Äh, wir packen hier rein die Methode Public Void Run. Public Void Run. Die nimmt keine Parameter, tut einfach nur, das ist quasi die Methode, die aufgerufen wird und die sagt, was der Thread machen soll. Also, da kann alles Mögliche drin passieren. Zum Beispiel bei einer Graphic Engine ist in so einer Methode dann eben äh, das Refreshen von allem Gezeichneten, damit man es auch wieder geupdatet hat. So. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel eine Vorschleife int i gleich null. Na, wobei. Warum so kompliziert? Wir können auch sagen sysout starte fret und dann geben wir unserem Fret noch einen Namen. String Name. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Konstruktor. Äh, Public Custom Thread Muss nicht publisch sagen, ist scheißegal, das kann man einfach weglassen. Ich mach's aber irgendwie aus Gewohnheit immerhin, aber ich möchte euch jetzt nicht verwenden, dass es immer noch aussieht wie ein Konstruktor. So, und jetzt hier String S Das Punkt Name gleich S So, jetzt hat unser Fret einen Namen. Und deswegen hier noch kurz äh, damit wir es unterscheiden können Name reingepackt. So, jetzt sagt unser Fret, also der, wenn ich ihn ausführe, dann macht er einfach nichts anderes als seinen Namen ausgeben. Äh, und dann lassen wir ihn noch schlafen, ein bisschen. Vielleicht so, keine Ahnung 100 Millisekunden Das gibt mir jetzt einen Fehler, weil ich das hier mit Try and Catch Surround muss. Denn Interrupted bedeutet so viel wie, ähm, ihr habt es gekillt mit der CPU oder sowas, oder irgendwas anderes hat euren Fret gekillt. Und das kann auch der, äh, quasi Main Fret machen. Also die hier könnte sagen, ich schieße den jetzt ab und dann wird er halt hier Interrupted, dann kann er nicht mehr sleepen. Das geht halt nicht. So, Sysout Äh, wir enden Fret Und den Namen. So. Ähm, und was wir jetzt machen ist, wir kreieren uns hier ein Custom Fret Äh, T1 gleich New Custom Fret Und geben den, upsala Geben den, den Namen Erster Fret Und dann kriegt der Zweite den Namen Zweiter Fret So. Und jetzt müssen wir sie noch starten Dazu gibt es die schöne Methode Start Ha, wer hätte es gedacht T2.Start Genau, so Und jetzt laufen die beide Und müssten auch beide was ausgeben Was passiert, wenn ich das jetzt hier ausführe So Ihr seht, das ist jetzt richtig parallel Also ich starte zuerst meinen ersten Fret Und dann meinen zweiten Und dann beende ich den ersten wieder Und dann beende ich den zweiten Das heißt, die laufen gleichzeitig Also der eine läuft von mir aus auf meinem zweiten Kern Und der andere läuft auf meinem dritten Kern Und, äh, gibt dann eben sein Zeug aus Das heißt, die brechen quasi einfach was in der Run Methode drin steht Äh, sobald sie eben gestartet werden Ja Und das ist auch schon das Einzige Zu Fret Was man wirklich dringend sich merken muss Nämlich, wenn ich das hier nochmal ausführe Da muss es keinesfalls in derselben Reihenfolge sein Ich hab gerade irgendwie Glück Oder auch Pech Oder was auch immer Ich kann es auf jeden Fall euch gerade nicht zeigen Da war es gerade, verdammt Jetzt So Äh, hier wird nämlich jetzt zuerst der zweite Fret gestartet Weil der hier einfach schneller war In seiner Startmethode Das heißt, der hat die Run schneller aufgerufen Und danach erst wird der erste Fret gestartet Der war halt ein bisschen langsamer Das heißt, zum Beispiel hat mein, äh, Betriebssystem Also in meinem Fall Windows Schlagt mich dafür Äh, der war dann halt, äh, mein Betriebssystem hat dann halt einfach gesagt Okay, jetzt ist gerade was anderes wichtiger Der erste Fret muss warten Zum Beispiel mein Aufnahmeprogramm Was hier gerade nebenher läuft Und deswegen hat der erste Fret kurz länger gebraucht Aber dafür ist er hier drin Deutlich schneller Das heißt, ihr seht jetzt hier gerade Hier war er schneller Und hat sich selbst zuerst wieder beendet Und danach erst der zweite Fret Das heißt, der erste Fret war insgesamt Deutlich kürzer am Laufen Als der zweite Und darauf kann man sich wirklich nicht verlassen Also die sind random Die Sachen, also je nachdem wie lang sie halt laufen Passieren halt andere Dinge Die nicht so cool sind Also wenn ich jetzt hier Variablen benutzen würde Und die würde ich verändern Ähm, ja Da auf jeden Fall nicht drauf verlassen Das heißt, die sollten am besten Irgendwelche Arbeit erledigen In der Run-Methode Die völlig unabhängig voneinander ist Und das ist auch das Schwierigste dabei So, äh, jetzt habe ich euch gezeigt Wie man Fret schreibt Und jetzt möchte ich euch gerade noch kurz am Schluss zeigen Ne, das mache ich in einem neuen Video Ähm, wie man diese Fret wieder miteinander synchronisiert Das heißt, wie ich, äh, die Fret dazu kriege Dass sie auf dieselbe Variable zugreifen können Und, äh, ja Gut Also soviel zur Erstellung von Fret Äh, hier einfach Extenden Über Fret Dann könnt ihr hier Sachen machen Wie zum Beispiel Eigenkonstrukte erstellen Ist scheißegal Das ist eine ganz normale Klasse Und dann einfach die Run-Methode Äh, überschreiben Und hier dann halt in die Run-Methode reinpacken Was ihr mit eurem Fret machen wollt Hier kann irgendwas Kompliziertes drin stehen Ist völlig egal Ja Gut So, ich hoffe es hat euch soweit gefallen Wenn ihr Fragen habt, wie immer in die Kommentare Und das nächste Mal Dann geht es weiter Äh, eben mit Fret-Synchronisation Ja, bis zum nächsten Mal Ciao